Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder zu Age of Mythology, wo wir uns jetzt um das eine oder andere kümmern, zum Beispiel hier um die Nahrungszufuhr für unsere Arbeiter. Die brauchen wir nämlich unbedingt, damit unsere Leute wirklich fleißig sammeln. Und wir brauchen auch noch ein paar weitere Häuschen, damit unsere Leute auch in Ruhe wohnen können und wir genügend Soldaten ausbilden können für das Vorhaben, was vor uns liegt, nämlich die Schlacht. Wir werden erstmal dieses Dorfzentrum hier niederreißen, das wird unser erster Angriff sein. Ja, das ist sehr schlau, was du da machst. Du bist doch bestimmt hier, ja, das ist bestimmt so ein aggressiver Vorbild gewesen hier. Der macht ganz tolle Sachen. So, was holen wir hier raus? Hier holen wir erstmal ein Katapult. Dann schnappt er sich hier mal das Feld. Und du schnappst das Feld, du schnappst das Feld, das Feld und das Feld und dann bauen wir hier noch einen weiteren Kornspeicher am besten hin. So hier so. Da gehst du mal rüber. Und dann, ja, sammeln wir ein bisschen von den Feldern hier und ein bisschen Nahrung zusammen. So, was passiert hier? Da kommen Leute. Die wollen hier runter, was auch immer die hier jetzt wollen. Okay, die wollen hier also ein bisschen Stress machen. Ich sehe schon. Ich sehe schon, was ihr hier vorhabt. Ihr wollt uns hier richtig... Ja, genau. Ihr wollt uns hier richtig ans Leder, wa? So, kommt her hier. Ihr kleinen Lappen. Da werde ich ja mal ganz unangenehm, wenn ihr sowas wollt. So. Ja, ihr müsst Holz hacken gehen. Wo haben wir noch mehr Holz? Hier haben wir noch... Halt. Wir haben nirgends wirklich große Holz vorkommen, ne? Na, hier unten geht's. So, wo werden wir noch angegriffen? Hier wurden wir angegriffen. Okay. Warum auch immer. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber wir werden es ja irgendwann erfahren. So, sobald ich hier mal eine vernünftige Armee ausgebildet habe. Und sobald wir vielleicht mal einen... einen Tempel gebaut haben. Den haben wir nämlich noch gar nicht. Das ist auch sehr interessant. So, bau mal einen kleinen Tempel für uns. So, die sollen mal hier beim Tempel mithelfen, bitte. Die nächsten Leute. Die nächsten Arbeiter. Und ich hab einfach zu wenig... Zu wenig Nahrung. Holz hab ich dafür ganz gut jetzt mittlerweile. Das ist ganz schön. Wir müssen auch noch die Rüstung von unseren Leuten erhöhen ein bisschen. Und dann können wir vielleicht auch noch eine zweite Festung bauen. Das wäre vielleicht alles gar nicht so verkehrt. So, wieso ist der denn hier gestorben? Das ist das arme kleine Reh. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir mal folgendes. Gehen wir mal alle das Reh hier sammeln. Achso, da werden wir wahrscheinlich dann von dem Turm beschossen. Ja, das war klar. Ne, dann müssen wir da erstmal diesen Turm hier vernichten. Lege. So, und dann können wir uns da gut kümmern. So, der Turm ist gleich weg, hoffe ich. Ja. Na, das kommt. Das geht ja noch ein bisschen besser. Schießen die ja die ganze Zeit auf den Turm. Okay, so. Das sollte doch jetzt erreicht haben. Sehr gut. So, Katapulte sind erledigt. Gut, dann kümmert ihr euch jetzt um das Tierchen. Ich weiß, das war auch wieder ein bisschen sinnlos, weil an sich wäre es viel geschickter, die Nahrung anderweitig zu besorgen. Aber, das ist jetzt erstmal auch nicht so wichtig. So, alle Soldaten kriegen mehr Lebenspunkte, nicht wahr? Das ist doch sehr gut. Dafür lege ich doch mal direkt nochmal ein bisschen mehr an. So, ihr könnt das auch nochmal hier erledigen. Und dann haben wir hier jetzt die ganzen Schweinchen, die sind jetzt alle bei 300 Nahrung. Und was wir jetzt damit machen, ist, wir laufen hier rüber. Und dann geht's los. Dann geht's rund. So, dann können nämlich alle Leute, die hier gerade am Holzhacken sind. Ach, was will der denn jetzt hier schon wieder? Was will so ein Vieh schon wieder? Dann können nämlich hier jetzt ein paar Leute. Okay. Ah, wir brauchen mehr Nahrung. Wir brauchen mehr Nahrung. Und da ist jetzt auch egal, ob die... Ja, ich weiß, ich habe nicht genügend Nahrung. So. Dann geht ihr weiter hier rüber und kümmert euch wieder um die ganzen Felder. Und du kannst dich auch gerne um ein Feld kümmern. So, was kommt denn hier? Moment mal. Okay, sehr gut. Einmal schön hier die ganze Arme wieder mitzillen. Geh mal da drauf hier. Ich weiß gar nicht, ob hier Friendly Fire ist bei diesen ganzen... Okay. Okay. Die greifen uns echt richtig mit allen Mitteln an. Ja, das fass ich ja nicht. Dann muss ich ja echt mal was tun hier. Vielleicht sollten wir echt mal so einen Stall bauen. Und vielleicht auch eine Schießanlage. Einfach damit alle Leute dann soweit zufrieden sind. So, die Schweinchen können noch ein bisschen hier zur Seite gehen. Okay. Damit einfach nur noch ein paar Leute da haben. Und dann... Ja, dann haben wir schon wieder nicht mehr genügend Nahrung. Das war ja schon fast klar, ne? Irgendwie. Aber was cool ist, die kosten nur Nahrung und Blitze. Die kosten kein Gold, die mythischen Einheiten der Griechen. Ich glaube, die der Wikinger kosten komplett alle... Die brauchen alle irgendwie Gold und ähnliches. Also da ist es nicht ganz so einfach. So, was machen wir? Schilder ausgebildet. Okay. Ja, wir sind schneller alles ausbilden. Und eine Waffenschmiede wäre auch ganz cool. Können wir uns hier vielleicht mit den Herrschaften dann mal holen. Eine Waffenschmiede, eine Waffenschmiede. Hier ist die Waffenschmiede. So, und wir können auch nach wie vor noch ein paar weitere... Prost, Dagmar. Prost, Dagmar. Prost, Dagmar. Okay, jetzt haben wir schon wieder nicht mehr genügend Gold. Äh, nicht mehr genügend Leute. Nahrung meine ich natürlich. So, und dann kannst du dir ein neues Lagerhaus direkt hier unten bauen. Damit hier unsere Leute auch besser arbeiten können. So, Leute, das muss alles schneller gehen hier. Schnell und ganz ohne Probleme. So, bauen wir hier noch eine Festung hin. Eine weitere. Und ein paar immer schön abwechselnden Soldaten, hier ein paar Fernkämpfer. So. Ähm, wo gehen wir denn mal direkt hin? Soja's Brückenkopf. Um ihn zu zerstören brauchen wir Belagerungswaffen oder mächtige mythische Einheiten von Zeus. Nur Belagerungswaffen, die haben wir doch. Das ist ja wohl gar kein Problem hier. Das ist ja wohl gar kein Problem. So, pass mal auf hier. Nehmen wir erstmal uns die Kaserne vor. Weil da werden Einheiten rauskommen. Ziemlich wahrscheinlich. Was bauen wir denn da? Neues Lager. Okay. Okay, hier kommt's mal. Da kommt's Leute. Da kommt's Leute. Okay, da ist's. 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 Und die wollen uns hier aufgerutschen. Wieder. Das tut uns nicht so gut. Oh, oh, oh. Moment, Moment. Katapulte zieht euch bitte zurück. Katapulte bitte zurückziehen. Okay. Was? Wer ist gefallen? Achso. Akantos ist gefallen. Ja, super. Was machen wir jetzt mit Akantos? Toll. Warum ist Akantos jetzt gefallen? Was können wir jetzt mit Akantos tun, um den wiederzubeleben? Äh. Weiß ich nicht. Aber da kommen ziemlich viele Leute jetzt irgendwie. raus. Das finde ich nicht so geil. Das finde ich gerade nicht so geil. Okay. Ja, was können wir jetzt mit Akantos machen, um den wiederzubeleben? Regeneriert sich. Ja. Mal sehen wir, wenn er sich regeneriert. Und ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, was wir da jetzt tun können. So, 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 so. Ihr geht jetzt schön hier drauf. Okay, äh, äh, Moment, zieht euch mal zurück hier. So, Akantos steht wieder. Okay. Der lebt also einfach wieder. Hat sich wieder amüsiert. Okay. 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 Katapulte. Drufta. Okay. Mal gucken. Das wird, äh, eine sehr schöne Schlacht hier. Das wird noch einiges werden. Aber schon freut ihr hin, Leute. Ja, mal gucken. Hier gibt es jetzt erstmal gerade, wir haben ein bisschen Ärger. Oh, die Einheiten werden uns gleich drauf gehen, glaube ich. Okay, das Top-Zentrum haben wir aber zumindest erledigt. So. Dann machen wir uns auf das nächste, auf die nächste Ebene. Okay, wir könnten eigentlich jetzt super viele Einheiten ausbilden. Das mache ich auch direkt. Oh, und hier kommen auch Leute. Sehr gut, schicken wir hier mit rein. So, ähm, Leute hier mit rein schicken. Und hier schicken wir auch Leute rein. So, und ja, natürlich. Wir haben ja. Nein, Rhiro has fallen. Ja, das war bestimmt wieder Akantos. Äh, nee, hier. Genau, das war jetzt, wenn wir ihn machen müssen. Dann den tun wir eher machen. Auf jeden Fall schaffen. Ach, war doch nicht Akantos. War doch nicht Akantos anscheinend genauso. So, ich weiß nicht, was der Jender macht. Der spielt anscheinend. Das sagt, wiederum wird schon ein Darkest-Einheit schon. Du startest das jetzt zum hundertsten Mal oder so. Oder zum zweihundertsten Mal gefühlt. Okay, hier kommen immer weiter fleißig Einheiten raus. So. Okay. Hier geht ihr weiter mit drauf auf die ganzen Leute hier. Ja, das macht ihr gut so. So. Das reicht ja tatsächlich. Sehr entspannt hier, um das alles zu erledigen. Hätte ich nicht gedacht. So. Und wo sind hier Leute, die nichts zu tun haben? Du hast nichts zu tun. Ihr habt auch nichts zu tun. Oh Mann, so viele Leute, die nichts zu tun haben hier. Okay. Äh, schicken wir hier mal ein paar Leute mit rein. Bevölkerung ist nicht mehr zu niedrig. Ha. Okay. Da kommen ein paar Milizen. Nicht gut. Milizen sind nicht gut. Die wollen uns nämlich ans Leder. Unter anderem auch wieder. Aber wir haben es geschafft, die jetzt erstmal wieder zu machen. Okay. Da kommen die nächsten Milizen. Die machen wir auch nochmal schnell nieder. Äh, falls sie gerne von uns niedergemacht werden möchten. Okay, und wir haben es anscheinend geschafft, diesen Brückenkopf hier tatsächlich. Ähm, ach so. Das war das Ziel. Oh. Gut zu wissen. Wir sind hier wieder Herr der Lage, Ajax. Lasst uns die Männer sammeln und Troja erneut angreifen. Sehr gut. Machen wir das. Adantos, Ajax, Agamemnon wurde angegriffen. Ach, natürlich. Die Trojaner müssen Agamemnon geschlagen. Während wir hier gekämpft haben. Hm. Zieht die Männer zurück. Wir treffen uns im Hauptlager und sehen, wie groß der Schaden ist. Ach, meine Güte. Das ist ja ein Hin und Her hier. Wir greifen die einen an, dann greifen die uns wieder an und dann greifen die wieder zurück an und so geht es hin und her. Ja, also, ja, das scheint ein sehr langes, ich erinnere mich nicht mehr so genau, wie welche Missionen es hier gab, aber es scheint ein sehr langes hin und her zu werden. Sehr langes Tauziehen. Wow, das sieht nicht so gut aus hier. Verflucht seien Troja und alle, die in seinen Mauern leben. Sie haben unsere Vorratslage und Zelte verbrannt. Sogar fast alle Schiffe. Wir können von Glück sagen, wenn wir noch entkommen. Rückzug? Wir haben gerade eines der Tore zerstört. Wir sollten unseren Angriff verstärken und nicht von Rückzug reden. Richtig, so. Ja. Na, jetzt kommt der mieseste Trick der gesamten Geschichte. Das Trojanische Pferd. Alles andere als nett, sagen wir es mal so. So wie die das gemacht haben. Alles andere als freundlich. Denn das ist so. Den Trick, den die da ja gemacht haben mit dem Trojanischen Pferd, den kennt ihr ja alle, ne? Wenn ihr in Geschichte aufgepasst habt. Das ist ja so ziemlich echt der mieseste Trick gewesen damals. Aber natürlich sehr erfolgreich. Hat gut funktioniert. Ist nur natürlich auch... Ja, es ist nicht wirklich toll. Oh, wir haben das mit Trilhofeisen. Hier, Geschwindigkeit von Kabalerie. Das ist eine tolle Sache. Das können wir nämlich schnell mal zeigen. Wir haben hier einen Helden. Wir schnappen uns mal den guten Akantos. Und dann können wir hier dieses goldene Ding aufsammeln. Das ist eine Reliquie. Kennt man auch aus Siedler 2. Ja, aus Siedler 2, genau. Ist klar. Aus Age of Empires 2. Diese Reliquien haben hier allerdings andere Eigenschaften. Die produzieren nicht einfach nur Gold, sondern sie bringen einen Bonus. Zum Beispiel diese Reliquie halt hier. Die sorgt dafür, dass die Kavalerie-Soldaten schneller sind. Jo. Müssen wir in einen Tempel bringen. Also einmal hier rüber. Dann legt er die automatisch im Tempel ab. Und solange sie in dem Tempel ist, haben wir diesen Bonus. Sollte sie aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr in den Bonus, irgendwann dann nicht mehr dort sein, dann, ja, haben wir natürlich ein Problem. So, jetzt sind hier ein paar Leute, die für uns arbeiten. Und wir haben hier ein paar Schäfchen gefunden, ein paar Ziegen. Auch nicht schlecht. Können wir auch gerne mitnehmen. So, und hier sind auch nochmal ziemlich viele Tiere. Okay, also ich glaube, unsere beste Möglichkeit hier, unsere beste Möglichkeit hier jetzt Tiere zu sammeln, ist echt einfach die ganzen Tiere abschlachten, die wir hier finden. Das ist, glaube ich, so die größte, die geschickteste Sache, die wir machen können. So, bringen wir hier alle das Essen weg. Ich könnte hier eigentlich auch noch einen Kornspeicher hinbauen, wäre vielleicht auch gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Egal. Oh, da kommen Leute. Oh, okay, okay, kommt hier. Können wir gegen die irgendwie hier bestehen? Oh, ne, die machen uns sowas von kaputt. Oh, die machen uns richtig kaputt. Oh, die machen uns richtig tot. Aua, 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 aua. Das tut weh. Das tut sehr weh. So, rein da, bitte. Toll. Die haben jetzt so ziemlich alles... Die haben jetzt so ziemlich alles einfach mal niedergemacht von uns. Ja. Ähm. Komm, unsere Einheiten irgendwann mal, bitte. Mann, sind die lahmarschig. So, drauf da. Alles niedermachen. Schnell zu den Toren. Wir müssen Troja warnen. Gut gemacht. Wenn wir diese Speer aufhalten, wird Troja uns nicht angreifen. Puh. Ja, klar. Okay, ein paar Leute müssen wir jetzt hier rüber holen. Meine Güte, ey. Das war jetzt aber heftig. Okay, das heißt, wir gehen mal lieber hier oben hin und erhalten hier oben die Stellung. Oder hier in der Nähe zumindest irgendwo. So, und ihr Schäfin geht hier rüber. Ah, ich hab zu wenig Leute. Okay, ich hab zu wenig Platz. Und jetzt brauchen wir Holz. Verdammt. Ach, Scheibenkleister. So, dann schnappen wir uns euch hier mal. Ihr geht jetzt hier ein bisschen Holz hacken. Und du gehst auch hier Holz hacken. So, schon mal gleich genügend Leute ausbilden. Dass wir genügend Leute hier haben, die arbeiten können. Ist jetzt nicht wirklich schick gelaufen. Aber, ja, wir werden schon irgendwie ein Krieg... Ach, diese... Also, was mich ja schon nervt, sind ja dieses... Ich muss das so irgendwie abschalten hier. Dass da immer diese Steam-Einblendung kommen, wenn irgendjemand irgendwas macht. Das stört schon ein wenig während der Aufnahme, finde ich. So. Ja. Wir brauchen ein paar Häuschen. So, darum kümmerst du dich jetzt einfach. Okay. Erstmal drei. Erstmal drei Häuschen. Ach ja, genau. Wir haben hier ein Schiffchen. Ja. Okay. Mal gucken. Geht alles nach und nach. Seinen Gang. So, wie... Was... Was müssen wir eigentlich erreichen? Ähm... Was sind die Ziele hier? Ach nee, das ist die... Das sind die... Die... Die Technologien. Äh... Ha? Hier sind unsere Quests. Aha, sammeln sie... 1000 Soldaten Holz. Äh, genau. 1000 Soldaten Holz müssen wir sammeln. Okay, dann sammeln wir mal 1000 Soldaten Holz. Wie auch immer das gehen soll. Wir werden schon irgendwie hinkriegen. 1000 Soldaten Holz. Na klar. So. Hier werden jetzt die Leute... Äh... Hingeschickt. Und hier kümmern wir uns jetzt noch weiter. Um ein paar Häuschen. Gut. Dann brauchen wir hier unten auch gleich noch ein paar... Das ist natürlich echt... Die laufen viel zu weit eigentlich, um jetzt den ganzen Rohstoff abzubefahren. Aber es ist okay. Sollen sie mal machen. Äh. Ich hab viel zu wenig Rohstoffe für die ganzen... Für die ganzen Geschichten hier. Aber es ist okay. Hauptsache wir kriegen ein paar Soldaten. So. Da noch einen weiteren Fischgutter. Nahrung ist erstmal das Wichtigste. Dann kümmern sie sich nämlich hier um die ganzen Gazellen. Und die Gazelle ist gleich abgefrühstückt. Dann können die gleich hier auf die Gazelle weitergehen. Und sich dort um die Gazelle kümmern. Und wenn die dann abgeerntet ist, dann sieht das doch schon alles sehr gut aus. So. So. Ich hab mich irgendwie nicht geschafft hier... Dich drum zu kümmern. Na gut. Kriegen wir alles noch hin. So. Wir werden angegriffen wieder. Ja. Da kommen wieder die Nächsten. Aber das werden wir natürlich direkt erledigen. Ja. 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 Komm mal hierher bitte. Oh. Ein Waldbrand. Nicht gut. Nicht gut. Komm mal hier zurück. Die haben ja einfach einen Waldbrand gemacht. Toll. Haben die hier einfach mal unseren Wald abgebrannt. Nun gut. Da machen wir folgendes. Wir bauen hier ein Lagerhaus hin. So. Jetzt gehen wir voll auf Holz. 100% Konzentration auf Holz. Ähm. Und auf die Ziegen hier. So. Die können wir uns auch noch kümmern. Und dann schauen wir mal weiter. Fritomos. Ja. Beim nächsten Mal. Werden wir das alles erledigen. Hoffentlich. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschau. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020